kurz mal tief durchatmen liebe leute das war ja gestern in wolfsburg nichts und dann hat der kollege cedric geppert ein zeit und technikproblem deswegen legen wir ein klein wenig später los ich muss mich beruhigen nicht weil ich auf den kollegen sauer bin um gottes willen nein aber ich bin auch ein bisschen angespannt und nervös ihr habt es mitbekommen ich bin gerade in potgorica in montenegro sagen wir mal interessante stadt aber ich begrüße erst mal cedric hallo cedric hallo sascha ich grüße dich und heute abend spielt die deutsche frauenhandball nationalmannschaft gegen spanien und das problem ist die sind noch nicht weiter das ist richtig scheiße das hatte ich mir anders vorgestellt denn ich habe ja meinen flug zur hauptrunde bereits gebucht ich muss ja irgendwie gucken dass ich von einem land ins andere komme und jetzt qualifizieren die sich eventuell gar nicht was mache ich denn wenn die rausfliegen cedric fliegst du dann zurück nehme ich an oder ja es gibt aber morgen keinen direkt flug von potgorica nach deutschland kannst du nicht noch eine nacht in montenegro verbringen es wären dann zwei aber was zur hölle soll ich hier tun es ist ja dann hier kein handball mehr es gibt ja noch andere dinge als handball die man in einer stadt tun kann vielleicht gibt es da ein paar schummrige hafenkneipen ein nettes ausgehviertel ein bisschen zeit ziehen ein bisschen bummeln durch die city dort so genau kann ich mich in potgorica nicht aus muss ich gestehen also potgorica hat halt leider keinen hafen wasser ist hier eher selten das ganz interessant ich war ja beim mannschaftshotel für die medientermine und da ist direkt dahinter ist ein fluss und dann kommen wir dahin zum ersten mal und die tage davor was hier die ganze zeit sonnig und der fluss ist im prinzip komplett leer also da sieht man den boden und ich denke mir haben schön ist das hier alles irgendwie nicht dann hat es zwei tage geregnet also ich würde nicht sagen durchgeregnet aber mehr oder weniger hatte man das gefühl es regnet durch dann kommen wir zum nächsten medientermin dass der fluss komplett voll also sehr erstaunlich hier alles man muss sich ein bisschen dran gewöhnen ist glaube ich keine stadt für mich werde ich nicht so richtig mit warm aber warst du schon mal irgendwo in städten wo du hingereist bist und hast hinterher gesagt war leider ein kompletter reinfall da muss ich jetzt mal drüber nachdenken das habe ich wahrscheinlich dann schon erfolgreich verdrängt eher umgekehrt dass man irgendwie nicht damit gerechnet hätte das irgendwo so schön ist ich war auch mal in mazedonien und war doch sehr erstaunt wie cool das ist bitola und okrit heißt der ort sehr 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 malerisch zum riesen see und so also ich habe es eher so andersrum in erinnerung tatsächlich du warst mal in bitola ja wir waren auf eine hochzeit eingeladen von einer freundin von uns die mazedonerin ist und die hat da ganz traditionell mit einer riesigen familie und bekannten geheiratet und wir waren auch eingeladen ganz viele deutsche gäste das war ganz cool werden alle deutschen gäste hatten zusammen ein hotel das war dann wirklich wie eine klassenfahrt noch mal so ein party hotel und am abend vor der hochzeit war dann irgendwann auch keine hochprozentiger mehr da und zwar ganz war eine gut feucht fröhliche woche dann muss man allerdings sagen dass sie in dem hotel schlecht geplant haben ich glaube die waren einfach nicht unbedingt darauf ausgelegt dass wir jeden abend da richtig gas geben ja also hätte mich jetzt überrascht beziehungsweise gewundert wenn ihr da kein vollgas gegeben hättet aber bitola interessant kennst du in die hölle von bitola muss ich natürlich jetzt fragen das habe ich schon mal gehört aber ich kriege das jetzt gar nicht zugeordnet alles klar gut wir machen weiter der kollege mobbt mich an der stelle ist auch egal wie auch immer wer gerne reinhöhlen möchte in die hölle von bitola der muss das einfach nur mal bei spotify oder bei soundcloud oder apple podcast oder wo auch immer suchen und dann könnte das gerne mal tun ist eine nette geschichte unter anderem aus bitola so cedric jetzt sprechen wir über die unschönen dinge wobei wir haben ja gerade schon über portgorica gesprochen nein ich meine es nicht böse liebe leute aber wenn ich hier bei meinem zimmer im hotel die balkontür aufmache weil ich einfach ein bisschen lüften möchte und ich komme dann nach dem frühstück wieder dann stinkt das ganze zimmer keine ahnung was hier los ist muss man sich auch erst mal daran gewöhnen aber aber bevor ich vergesse was gut ist taxifahrten sind hier so dermaßen billig ist es eigentlich kaum zu glauben wir müssen ungefähr 20 minuten laufen wenn wir zur halle gehen und dann haben wir uns gedacht na gut wenn es regnet weil ein tag regnet ist ja als wir zur halle mussten dann fahren wir mit dem taxi 20 minuten fußweg was schätzt du wie viel hat das mit dem taxi gekostet sechs euro sechs euro da bist du knapp daneben 1 euro 45 ach krass das ist wahnsinn ja es ist wirklich wahnsinn ist unfassbar billig also das ist bislang sozusagen mein highlight und man kann nicht hier man kann nicht das natürlich völlig falsch man kann hier natürlich unfassbar günstig essen das ist ja einfach unglaublich und es schmeckt auch immer also egal wo man hingeht ist es unfassbar lecker und die leute sind extrem freundlich zu einem das muss ich auch noch mal betonen also nicht dass das hier falsch rüber kommt nur weil mir die stadt irgendwie nicht gefällt aber die leute sind wirklich sehr sehr freundlich so jetzt wechseln wir das thema eiskalt nach ein paar minuten und kommen von einer geschichte die mir jetzt nicht so gefallen hat zu einer die den meisten von borussia dortmund also den meisten fans von borussia dortmund beziehungsweise wahrscheinlich allen auch überhaupt nicht gefallen hat gestern der auftritt beim vfl wolfsburg mein problem ich bin nicht im eu ausland das heißt ich konnte das spiel nicht gucken ich habe mich eingelesen und versucht ein bild zu bekommen von dem was da gestern in wolfsburg passiert ist ich las von einem spiel in dem es durchaus hin und her ging der bvb auch chancen hatte aber dann nicht effizient genug war klar bei keinem einzigen geschossenen tor ist das auch logisch aber auf der anderen seite wolfsburg macht halt die dinger klar das eine in der nachspielzeit da hat der bvb auch logischerweise alles nach vorne geworfen was war es denn wirklich für ein spiel war es so schlimm wie es sich liest ich würde sagen mit ein bisschen glück kann der bvb da durchaus auch einen punkt mitnehmen oder wenn es alles optimal läuft und er die chancen wirklich verwertet da sind wir allerdings beim großen aber dann wäre vielleicht sogar mehr als ein punkt drin gewesen aber er hat es eben nicht getan wie so häufig in dieser saison hat dann altbekannte probleme einmal mehr erkennen lassen stichwort standards defensiv das 1 0 ist ja nach einem eckball gefallen von maxi arnold nico schlotterberg hat den ball dann sehr unglücklich noch verlängert gegen borno und dann ist ein mickey van der veen vor die vor die füße wollte ich schon sagen dann ja reingeköpft jedenfalls ist er van de veen zur stelle und entwischt süde noch im rücken und dann steht schon nach sechs minuten 0 zu 1 auch wieder frühes gegentor auch nicht zum ersten mal in dieser saison und dann ist es natürlich bezeichnend dass du es nicht schaffst 84 minuten lang darauf eine antwort zu finden oder zumindest keine antwort die wirklich durchschlagenden erfolg hat ja unterm strich würde ich sagen bisschen blöd gelaufen aber letztlich nicht unverdient wenn man sich dann so anstellt ich möchte da mal eine höherer frage mit reinnehmen weil du gerade schon gesagt hast standard situation und so weiter und schlotterberg verlängert unglücklich wie gesagt ich konnte bislang keine bilder sehen das ist nicht so einfach hier wenn ich nicht im eu ausland bin sonst hätte ich mir die partie auch live bei den kollegen von sky oder das so und ich weiß gar nicht wo sie lief angeguckt aber de facto ist es natürlich so dass der torhüter da auch eine spezielle rolle spielt bei diesen eckbällen und da hat mir ein höherer folgendes geschrieben unpopular opinion immer wieder wird kobel als nachfolger von neuer gehandelt für mich wäre er das vielleicht wenn er im strafraum pardon fünf meter raum massiv beherrschen würde also den strafraum beziehungsweise fünf meter raum logischerweise er ist der beste schnapper den wir seit langer zeit beim bvb sehen aber warum beherrscht er auch wie viele seiner kollegen bei ruhenden bällen nicht den fünf meter raum man klebt auf der linie und verlässt sich auf seine vorderleute früher war das der bereich des torhüters ist die raumdeckung schuld ein entschlossener neuer hätte den ball bei der ecke entschärft bevor schlotterbeck ihn unglücklicherweise verlängern konnte würde mich freuen wenn das thema mehr beachtung erhalten würde eigentlich wundert es mich dass es bei spielanalysen so unter dem radar läuft interessanter ansatz über den ich jetzt auch wirklich nachdenken müsste aber die problematik jetzt nur an kobels verhalten im fünf meter raum davon abhängig zu machen weiß ich nicht ich glaube das würde zu kurz greifen weil du hast ja auch gestern wieder so eine fehlerkette gehabt letztlich hat die ganze abwehr nicht richtig aufgepasst und das ist auch nicht das erste mal dass die bälle so dann in den strafraum kommen und auch schlotterbeck hat ja bei standards schon defensivstandards nicht so gut oft öfter nicht so gut aussehen in den tersitz nach der nach dem spiel in der pressekonferenz darauf angesprochen noch mal thematisiert dass sie das ganze in der sitzung im modell vor dem spiel noch mal angesprochen haben und das auch dass das timing verbessern müssen und all das fruchtet bislang nicht ob das jetzt wirklich mit gregor kobel ob da ein kausaler zusammenhang so besteht müsste könnte ich jetzt ad hoc nicht direkt beantworten naja ich glaube es geht dem hörer auch nicht um generalkritik an gregor kobel aber es ist ja schon auffällig manuel neuer ist ein torhüter der den fünf meter raum so was von beherrscht also der geht dann auch richtig aggressiv zu den bällen das machen weniger andere torhüter und das verändert ja auch das verteidigungsspiel das ist natürlich richtig jetzt sprechen wir natürlich von manuel neuer vom besten seiner zunft und das über jahre ist die frage ob man diesen vergleich jetzt ziehen darf und er hat noch eine andere abwehr vor sich die vom fc bayern als die der bvb hat ja wie gesagt müssen wenn sich das thema des thema müsste man sich noch mal genauer annehmen glaube ich das jetzt eben gesagt wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre hätte der bvb wahrscheinlich einen punkt mitgenommen hätte vielleicht das spiel sogar gewinnen können was hat denn nicht funktioniert da reden wir wieder leider über über eine menge als allererstes würde ich mal sagen das flügelspiel lag wieder nahezu brach es ist schon sehr bezeichnend dass ja mit der tor gefährlichste spieler und der aktiv posten auf dem feld niklas süller als rechtsverteidiger war der hat über rechts deutlich mehr bewegt als karim adejemi der wie ich gestern fand zumindest zu beginnen wenigstens mal ein bisschen mit nach hinten gearbeitet hat auch gegen den ball und die verfolgung mal aufgenommen hat aber nach vorne war das gar nichts in der ersten halbzeit war der gab es keine flanke von ihm es war kein er war kein torschuss beteiligt es ist einfach viel zu leicht ihn abzukochen auf der seite dann die malen auf der linken seite auch seit wochen problem kind fand ich gestern noch halbwegs passabel gemessen an den oder im vergleich zu den letzten auftritten hat er wenigstens mal den kopf ein bisschen angehoben und nicht nur auf den ball geguckt und es blind in den gegner gerannt aber auch da der rennt sich natürlich immer wieder fest und seine abschlüsse ja sind letztlich natürlich auch viel zu ungefährlich um gegner dann ja mal einen einzuschenken es es ist und bleibt ein ganz großes problem über die flügel zum erfolg zu kommen bococo gegen bochum hat er natürlich ja quasi nur geleitschutz erhalten und da war das spiel natürlich ein anderes hatte natürlich einen deutlich schwereren stand den haben sie auch viel viel besser aus dem spiel genommen insgesamt das ganze spiel der borussia war dann auch oft ja ein stück ich will nicht sagen eindimensional aber aber eben auch vorhersehbar und dann hast du natürlich noch die eigenen probleme matz hummels war gestern ungewohnt von der rolle hatte viele kleine fehler wirkte wirklich ein bisschen fahrig auch das kennt man von ihm ja gar nicht jude bellingham wirkte aus meiner sicht ja wirklich überspielt man hat ihm das auch angemerkt er war frustriert er wollte mal wieder zu viel hat seine rolle zu offensiv auch interpretiert das war ja letztes mal schon thema da nico schlotterbeck ihm mal einen rüffel gegeben weil er eben dann seine anderen aufgaben die er eben auch auf der position hat vernachlässigt also es ist wieder eine eine großes potpourri an an defiziten die da zusammenkommen und trotzdem hattest du chancen bis dann aber nicht effizient im abschluss also mokoko hatte zwei chancen malen hatte zwei chancen aber in der summe reicht es dann nicht war denn wolfsburg eigentlich die bessere mannschaft das würde ich pauschal gar nicht sagen nach dem 1 0 sind die halt haben die sich ein bisschen weiter zurückgezogen konnten sich dann eben auf auf ein paar umschalt situationen verlassen der mamosch auf der linken seite hat echt viel betrieb gemacht die dortmund einer gut gebunden ich würde einfach sagen wolfsburg die cleverere mannschaft und hat es dann natürlich mit dem mit dem 2 0 wobei ich da auch schon nicht mehr mit einem mit einem unentschieden gerechnet habe da noch den deckel drauf gemacht davor rutscht natürlich wieder ein brand auch noch ausverstolpert den ball der eigentlich schon sicher war unglücklich passte dann noch ins bild zu dem abend insgesamt ich habe gelesen dass die leute sich aufgeregt haben also sie regen sich natürlich oft auf wenn die eigene mannschaft verliert das ist klar aber dass er den terzic mit jussufa mokoko quasi den besten mann vom platz genommen hat ja gut also ich hatte in der prika noch gefragt mich hat es gewundert dass er nach 70 minuten niklas hülle vom platz nimmt denn der hat wirklich gut alarm gemacht er hat erstens den mamosch noch gut noch gut im griff gehabt der wie gesagt viel für froh gesagt hat und er hat trotzdem die räume vor sich genutzt hat immer wieder flankenläufe gestartet hat hat er auch den pfosten getroffen dass er ihn ausgewechselt hat nach 70 minuten gegen torgar nasa das fand ich eher sagen wir mal bedenklich ist die falsche wort weil aber da habe ich mich schon gefragt wieso kommt es dazu in den terzic hat halt gesagt hat ja modesta noch gebracht eben mit mit koko modesta dann eben zwei stürmer im sechzehner haben wollte wenn man dann mit schnell über die flügel kommt pasalic hat er ja auch zu seinem bundesliga debüt verholfen und eben tasar wenn die dann scharfe flanken bringen können da hat er gehofft oder hatte der bvb gehofft dass man da rüber zum erfolg kommen kann und eben dann noch mehr druck erzeugen kann aber das hat wieder nicht funktioniert dass mokoko dann irgendwann mal raus geht okay ich meine der 17 der performt auf einem super level aber der das also wir dürfen nicht vergessen dass du nicht irgendwie die gesamte last auf ihn übertragen kannst und dass du ihm vielleicht dann auch mal eine verschnaufpause bringst in der hoffnung dass dann noch mal neuer impuls kommt kann ich durchaus nachvollziehen aber es hat nicht sollen sein gestern da scheinst aber einer von wenigen gewesen zu sein der das nachvollziehen kann ja was bleibt dir noch als trainer wenn du also wie gesagt mokoko hatte zwar seine chancen die kastilzahn aber auch gut gehalten hat aber irgendwas musst du ja dann auch noch probieren und so viele möglichkeiten gibt es dann nicht mehr gut ja was soll ich sagen hinterher ist man immer schlauer ein klassiker fünf euro ins phrasenschwein aber lieber cedric ich erlöse dich was das woche spiel angeht beziehungsweise ich gucke mal ob ich dich erlöse denn es sind unfassbar viele hörer fragen eingegangen und einige hörer haben sich ich will nicht sagen ein wenig eingeschossen mittlerweile auf elin terzic aber man hat schon das gefühl dass es so sein könnte und zwar geht es den hörern vor allem darum dass sie kein konzept erkennen was die mannschaft denn mit dem ball machen soll auch teilweise was sie gegen den ball machen soll ich will ihn jetzt nicht komplett in schutz nehmen aber er hat nun mal nur den kader zur verfügung den er zur verfügung hat ist ja auch kein zauberer ja genau das ist ein ganz ganz großes thema wie soll der fußball eigentlich unter ihm aussehen wir haben gestern noch mal auf der rückfahrt darüber gesprochen werden ja ein bisschen an zeit der kollege jürgen kors und ich und dann auch gedacht ja so richtig öffentlich gesagt hat er eigentlich nie wie sein konzept aussehen soll muss er ja auch nicht das problem ist das lässt sich auch nicht richtig erkennen was er immer sagt ist dass sie wenn borussia dortmund selbst im angriff ist dann wollen sie die wege eben andersrum sorry jetzt habe ich mich verhaspelt also die wir wollen die räume für den gegner so klein wie möglich halten wenn der gegner im angriff ist und andersrum wir wollen die wege für sie so weit wie möglich halten wenn wir selber im angriff finden das ist das was er sagt die frage ist wie wie weit füllt man das mit leben es gibt natürlich viele viele parameter die damit reinspielen du hattest zu saisonbeginn natürlich einen anderen plan du hattest dir sebastian aller auserkoren als harland nachfolger der ist nicht da dann holst du modest als potenziellen ersatz der funktioniert nicht jetzt zündet kurzer dank mokoko ist aber natürlich wieder ein anderer stürmer typ ist aber noch viel kleiner quirliger auf der sechser position richtig wichtige position fällt dem moder hut aus damit geht dir richtig viel kreativität flöten du hast zwar sali össchan der auch ordentlich abräumt aber dafür die spielgestaltung natürlich deutlich weniger tut jude bellingham super spieler toller achter als sechser wird es dann schon wieder problematisch weil er eben seine defensiven aufgaben mitunter vernachlässigt und der eben seine rolle sehr offensiv interpretiert eben dann hast du da noch mal wieder eine ich will nicht sagen eine schwachstelle aber du hast auf jeden fall wieder eine ungewissheit drin eine variable das musst du erst mal auffangen das flügelspiel davon hatte man sich sehr sehr viel erhofft man hat karim adejemi ja so ein bisschen als königstransfer bezeichnet er ist mit so viel vorschusslorbein hingekommen davon konnte er bislang fast nichts einlösen donjel malen super vorbereitung gespielt jetzt kommt nichts mehr du schaffst es einfach auch nicht mal irgendeine seite zu überladen dazu müsste eben die gesamte mannschaft wissen wo und eine konzertierte aktion starten wissen wann wann welche automatismen greifen zu welchen zeitpunkten müssen wir dann wirklich auf die seite rücken all das funktioniert nicht weil die automatismen nicht da sind das hat natürlich auch damit zu tun dass du immer nur im drei tages rhythmus spielst du die dinge gar nicht richtig trainieren kannst und du natürlich die ganzen ausfälle hast die schon skizziert habe also es ist wirklich ein ganz ganz großes problem ja das ist in der tat ein ganz ganz großes problem und schauen wir doch mal auf die konkreten zahlen von adejemi in der bundesliga in dieser saison bislang zehn spiele kein tor keine vorlage zwei frisuren schreibt der hörer komische interviews zwei großchancen vergeben zwei schüsse aufs tor pro spiel 0,6 wichtige pässe pro spiel 0,8 flanken null exakte steilpässe pro spiel 0,4 dribblings pro spiel 0,9 dribblingquote 39 prozent cedric machen wir uns nichts vor das sind verheerende zahlen absolut wie gesagt er kann nicht das einlösen was er versprochen hat wir haben das vor drei vier wochen ja schon mal thematisiert also ich glaube dass das viele rädchen gerade eben nicht in den lande greifen und sich viel so verkettet und verhakt natürlich kriegt er den ball auch nicht in den fuß gespielt so dass er dann sein tempo mal aus aufnehmen kann und dann wirklich mal die linie entlang flitzen kann trotzdem darf man von ihm sicherlich mehr erwarten ich glaube er hat noch ordentlich anpassungsprobleme ja dortmund ist nicht salzburg und es ist absolut mau was er bislang bringt dass ich kenne die ich kann die zahlen jetzt nicht eins zu eins kenne die nicht muss kann jetzt nicht direkt bestätigen weiß nicht ob die stimmen gehen wir davon aus aber es ist natürlich verheerend und karim adejemi sicherlich jemand der in der winterpause ganz besonders an sich arbeiten sollte ja so kann man es sagen jemand der wirklich ganz besonders an sich arbeiten sollte aber er ist nicht der einzige weil die die sich über adejemi aufregen sind auch die die sich teilweise über donnie malen aufregen wobei gefühlt sind es ein bisschen zwei fraktionen aber das ist ja auch das problem also sind einige mit dabei einer schreibt zum beispiel unserer hörer wir haben die schlechtesten flügelspieler der bundesliga malen 30 millionen adejemi 35 ein tor im pokal und eines in der bundesliga nur mal angemerkt für 65 millionen könnte man die klausel für den kunko ziehen das ist schon echt hart also ja vielleicht noch mal ein wort eben zu dem konzept von edin tesic also die frage ist ja wie borussia dortmund grundsätzlich auftreten will das spielt ja auch damit rein es geht ja schon darum selber die initiative zu zeigen und nicht irgendwie nur auf umschaltmomente zu lauern das problem ist halt das anlaufen das pressing funktioniert ja oft nicht im gegenpressung funktioniert es manchmal aber dir fehlen halt insgesamt komplett die automatismen in umschaltmomenten und das merkst du halt dann auch bei adejemi und beim malen dann ist immer die frage wie viele kontakten will ich denn eigentlich spielen wie sauber funktionieren die kontakte denn auch oder verspringt der ball auch das ein problem und dann geht es wieder in die gegenrichtung also es fehlt insgesamt rhythmus spielverständnis bei beiden und eben nicht nur bei den beiden sondern als großes ganzes ist borussia dortmund sich da weiterhin ein rätsel ich weiß gar nicht wo ich weitermachen soll weil die hörer sind wirklich relativ erbost um es mal so zu formulieren hallo aus itzehoe ihr helden des schwarzgelben hörspiels puh schwere kost zufrieden bin ich mit der leistung zuletzt auch nicht aber mir geht dieser social media hält echt auf die nerven toll dass ihr trotzdem auch immer die positiven dinge seht und immer gut analysiert vielen dank dafür ja dann wird hier noch mal nach terzic gefragt das ist mal das nächste positiv süle bester offensiver und zehnmal besser als mon ami meunier das kann man wirklich so stehen lassen also süle präsentiert sich in dieser rechtsverteidiger position als äußerst solide definitiv absolut erfreuliche entwicklung hatte ja ich glaube gegen bayern war es hat ein bisschen probleme gehabt im zentrum natürlich dann etwas mehr möglichkeiten bei der wahlverarbeitung und dann auch eben was die optionen angeht bei rechts ist es natürlich auf die seite beschränkt aber er macht wirklich gut er macht sich nur defensiv gut sondern er nutzt auch die räume vor sich das genau würde man sich von thomas meunier und auch von rafael guerrero auf der gegenseite tatsächlich in der entschlossenheit und mit der präsenz auch wünschen klar kannst jetzt ein guerrero nicht mit einem süle vergleichen schon von der physis her nicht aber er macht super und er nutzt dann auch seine geschwindigkeit wenn er einmal die geschwindigkeit aufgenommen hat macht nützt er auch gut wie gesagt gestern zwei tolle chancen einmal knapp am fosten vorbeigeschossen einmal trifft er den fosten den terzic hat den auch explizit gelobt man kann wirklich froh sein dass niklas süle diesen part so gut ausfüllt man stelle sich vor man hätte da jetzt im prinzip gar keine alternative also es ist richtig heftig du hast im prinzip ja auch nicht mehr viel alternativen marius wolf hat ja seine seine schwindeldiagnose mit der infektion diese infektionsbedingte dieser infektionsbedingte schwindel du hast noch felix passlack der so ehrlich müssen wir sein nicht konkurrenzfähig ist und du hast thomas meunier der jetzt einen jochbeinbruch hat und der so ehrlich müssen wir sein davor auch nicht wirklich konkurrenzfähig war natürlich nicht in dem maße wie felix passlack aber doch auch mit sehr sehr viel schatten und weniger licht und da kannst du nur froh sein dass du niklas süle noch hast absolut also die alternativen wie gesagt hast du genannt und die sind nicht gerade die allerbesten das ist ein großes problem beim bvb aber wie gesagt süle spielt gut auch wenn er jetzt dann rausgenommen wurde wir haben eben über diese auswechslung gesprochen für wie wahrscheinlich haltet ihr die wechsel von kamada benzibaini und lindström zum bvb im winter oder sommer lindström haben benzibaini aber letzte woche glaube ich schon uns zu geäußert beziehungsweise der kollege jürgen kors hat das getan in prozent bitte bester bvb podcast ever das unterstützen wir natürlich aber lass uns mal bei kamada bleiben kommt er im winter kommt er im sommer in prozent 30 bis 40 prozent im winter im sommer kann ich mir das schon eher vorstellen da ist ja dann ablösefrei interessanter spieler aber wie gesagt eher ein kandidat für den sommer würde ich sagen und prozentmäßig im sommer da würde ich schon bei 60 vielleicht sehen ich weiß nicht wie viele weitere interessenten es gibt ja könnte ich mir gut vorstellen dass das passen könnte so hier wird wieder nach tersisch und seinem konzept gefragt das ist interessant und wann kaufen wir zwei gute außenstürmer und keine schnellen zwei spitzen stürmer die nicht auf den flügel gehören das ist auch relativ interessant sind das spieler also adyemi und malen die besser in einem 442 beispielsweise funktionieren würden sozusagen als hängende spitze gute frage schwierig das zu beurteilen wenn das gesamtgefüge besser funktionieren würde aber das ist jetzt auch ein konjunktiv dann könnte das womöglich sein aber eigentlich hast du eigentlich sind sie ja mit ihren fähigkeiten dafür prädestiniert mit dem tempo aber sie bringen es halt nicht auf den platz das ist das das paradoxe ja eigentlich also ich habe die grundidee die dahinter steckt kann ich durchaus nachvollziehen aber du musst sie halt mit leben füllen und das gelingt leider ja wirklich nur absolut selten warum das so ist haben wir ja gerade schon thematisiert ist ein großes rätselraten und ich glaube auch der für den bvb selber der bvb wird kritisiert für die kaderplanung kannst du das nachvollziehen ja ich denke man wird sich da selber auch hinterfragen also eigentlich hast du ja in diesem sommer das große gefühl von umbruch und aufbruch vor allem erzeugt was man ja sind ja wirklich eine reihe von top transfer schlitter weg süle adyemi alea das sind ja statements gewesen dann die schlechte nachricht mit alle lassen wir mal dahingestellt aber leider sind die anderen dann eben nicht alle gleichermaßen gut eingeschlagen ja vielleicht müsste man sich da auch mal hinterfragen was man anders machen muss oder ob man nicht noch doch noch mal wieder andere spieler typen verpflichtet ich glaube der bvb wird das intensiv intensiv unter die lupe nehmen die frage ist ob er die richtigen schlüsse daraus zieht und zu welchen schlüssen er kommt was natürlich noch östern geholt mit dem du eigentlich ja eine baustelle berufen hast als kämpferischer spieler typ den du vorher nicht im kader hattest also auch da würde ich sagen grundsätzlich schlüssig was der bvb getan hat es funktioniert aber nicht so bislang wie er sich das erhofft hat ich mache weiter mit den fragen und zwar schreibt tom ein typischer auftritt mit cedric geppert im stadion war doch klar sagte allerdings im scherz nein mal im ernst ich möchte bei aller negativität hier nur mal sagen dass die rnbvb reporter echt immer einen top job machen danke dass ihr euch so viel mühe gibt das leite ich natürlich gerne an die kollegen weiter die sind die reporter die im stadion immer mit von der partie sind wann wird borussenberne die ansprache vor als auch nach dem spiel und in der halbzeit an die mannschaft halten vielleicht versteht die mannschaft dann eher was gefordert wird also ich glaube an der emotionalität von elin terse scheitert das ganze ding gerade nicht glaube ich auch nicht also das habe ich ja glaube ich letztes mal schon gesagt bruster dort hat ja auch keine erkenntnisproblem sondern umsetzungsproblem und die frage ist ja also in den tatsache kommuniziert er nach außen das hat er schon mehrfach deutlich gesagt nicht so wie er nach innen kommuniziert und das würde ich ihm jetzt auch wirklich mal glauben weil er hat da nichts von intern muss da schon tacheles reden wir sind hier bei bruster dortmund auf einem professionellen level und das muss man auch von den spielern erwarten so viel selbstreflexion die frage ist ob auch mit den appellen ja wir wollen es besser machen wir arbeiten weiter wir müssen positiv bleiben es ist der einzige weg das war ja schon vor ein paar wochen gesagt ob er damit dauerhaft wirklich weiter kommt denn es scheint ja ich sag mal ein gewisses beharrungsvermögen zu geben bei bestimmten spieler typen die es entweder nicht willens oder nicht dazu in der lage sind gewisse dinge umzusetzen donald mallen das haben wir auch schon thematisiert bei uns in der berichterstattung spielt auf bewährung man guckt sich das gut an das zweite jahr erwartet man jetzt deutlich mehr von ihm und die schonfrist ist abgelaufen und man überlegt schon wenn er es jetzt in den nächsten wochen so weitergeht ob man sich dann nicht vielleicht vorzeitig von ihm trennen will also das ist vielleicht dann im zweifelsfall auch mal ein wichtiges und richtiges signal an die anderen spieler weil wenn du natürlich weiterhin performen kannst wie du willst und ja die kuscheldecke die niemals entzogen wird dann dann ist das sicherlich nicht förderlich für die motivation und wir haben ja das thema intrinsische motivation schon nach dem pokalspiel gegen hannover gehabt bei der intersitsch auf der pressekonferenz ja wirklich mal ein bisschen was rausgelassen hat und auch angedeutet hat dass diese form von selbstmotivation eigenmotivation nicht immer im entsprechenden maße vorhanden ist und das dürfte sicherlich zu denken geben ja also normalerweise wenn du profi bist willst du auch jedes spiel gewinnen ja den eindruck kann man aber nicht immer haben wenn du dir die körpersprache anguckst in diese lustlosigkeit anguckst ich glaube das habe ich hier auch schon ein paar mal gesagt du hast halt viele spieler typen die wenn es gut läuft spielen die die sterne vom himmel vom himmel oder da die wirklichen ganz ansehnlichen fußball und wenn es eben nicht läuft dann kippt ein dominostein nach dem anderen um und dann ist aber auch keiner der da mal die kastanien aus dem feuer holt und das funktioniert dann einfach so nicht das ist eben der unterschied zu einer spitzenmannschaft so jetzt grüße ich ganz konkret sebastian und frage cedric wie viel zeichen hat man bei twitter in einem tweet zur verfügung die frage jetzt nicht verstanden wieso weil sebastian acht tweets untereinander gehauen hat also er möchte uns etwas sagen das problem ist nur die werden mir absolut durcheinander angezeigt ich würde darum bitten das macht es mir nämlich deutlich leichter macht es in maximal zwei tweets auch das ist teilweise schon kompliziert weil twitter ist wie gesagt komplett durcheinander anzeigt deswegen kann ich das gar nicht alles vorlesen ich lese hier etwas von vierer kette von glück auch gegen sevilla und so weiter und so fort edin terzic wird da noch mal angesprochen dann die raute und rose aber es ist halt alles querbeet ich würde es gerne vorlesen aber wie gesagt es landet bei mir kreuz und quer sozusagen auf dem bildschirm wenn ich draufklicke tut mir sehr leid aber ich denke da waren jetzt einige dinge auch dabei mit den außenspielern und so weiter und auch ausnahmespielern die man hatte mit horland und sancho qualität ist in der kaderspitze was die offensive angeht jetzt leider deutlich schlechter ja also das ist ein thema da sprechen wir auch schon seit wochen drüber cedric der kader hat eben diese qualität nicht mehr weil man in den letzten beiden sommern zwei absolute ausnahmespieler verloren hat ja die ersetzt du natürlich nicht die laufen ja nicht überall rum sonst wären es nicht die ausnahmespieler und sonst würden sich nicht alle großen vereine nach genau denen die finger lecken ich weiß gar nicht ob du immer ausnahmespieler brauchst denn die übertünchen natürlich auch vieles und müssen uns ja keine illusionen geben letzte saison hatten wir über ähnliche probleme gesprochen da hat erling haaland regelmäßig getroffen wenn er denn fit war und hat damit viel kaschiert und davor dass die saison war natürlich noch jaden sancho der alleine durch seine genialen eins zu eins momente eins gegen eins momente viel viel individuelle klasse auf den platz gebracht hat und damit auch spiele entschieden hat zugunsten des bvp vielleicht wäre es insgesamt mal angeraten klar wenn du solche spieler kriegen kannst dann solltest du sie holen aber insgesamt an geraten auch das haben wir hier schon thematisiert eine andere balance noch in deinem kader zu haben wir sprechen immer von so einer gewissen unwucht dass du insgesamt halt einfach ein gefühl hast was mehr aufeinander abgestimmt ist und womöglich braucht der bvb das hat allerdings auch schon zwischendurch immer mal wieder gesagt mehr als eine transferperiode um das um diese unwucht zu beheben und insgesamt für ein ausgeglicheneres verhältnis zu sorgen damit du eben nicht nur von solchen ausnahmespielern lebst sondern das kollektiv insgesamt anders und besser funktioniert fakt ist so wie es aktuell ist funktioniert es halt nicht und ja dementsprechend muss man sich da was einfallen lassen es gibt jetzt noch ein wichtiges spiel am freitag bei borussia mönchengladbach das könnte schwer werden so jetzt kommen wir zu einem anderen thema wo die leute quasi ja völlig eskalieren ich glaube so drücke ich es jetzt einfach mal aus meint ihr wir schaffen am freitag schon den hundertsten eckball ohne tor in dieser bundesliga saison das zu schaffen mit drei innenverteidigern plus am ende mit dem null ball kontakte modest auf dem platz ist eine kunst modest clown des jahres nach dem bayern spiel wir wollen meister werden seither drei ballaktionen klasse also lassen wir modest jetzt mal außen vor was ist los mit den ecken da ist nicht nur einer derjenige der fragt sondern ganz ganz viele da wird auch gefordert dass man noch mal einen eckentrainer einstellt dass man vielleicht auch noch mal irgendwie videos zeigt also dass wir videos aufnehmen wie die standard situationen trainieren die leute rasten aus hedrick kannst du sie beruhigen leider kann ich das nicht wir fragen natürlich auch immer wieder nach das ist ein großes thema in den pressekonferenzen man fühlt sich da an und täglich grüßt das murmeltier erinnert es kommen immer wieder die gleichen fragen die in den tersitz sehr geduldig immer wieder gleich beantwortet und immer wieder sagt nein wir haben das auf dem schirm daniel ackermann der videoanalyst und sebastian gerbert der co-trainer sind für die standards zuständig die haben das thema relativ weit oben auf die prioritätenliste geschoben denn edin tersitz hat ja schon ein paar mal gesagt es ist eben auch eine gute gelegenheit auch mal mit einem einfachen tor in führung zu gehen ohne dass man sich alles immer so hart erarbeitet das hat bisher nicht geklappt der bvp hat ich weiß gar nicht die meisten die zweitmeisten ecken 80 90 stück und das kannst du danach stellen dass danach nichts passiert obwohl du ja das muss man ja klar sagen mit niklas sühle und nico schlotter weg extra zwei kopfball starke spieler geholt hast um da eben auch besser zu sein sowohl offensiv als auch defensiv ja in den tersitz hat auch gestern noch mal gesagt die schützen müssen die bälle eben noch viel präziser in die gefährlichen zonen bringen ein großes problem das passiert oft ja nicht und wenn dann ist auch keiner zur stelle auch häufig ja das ist ein großes problem wir drehen uns im kreis ich weiß nicht wo es da woran es daran hapert ich kann den hörern versichern dass wir beim training wir gucken ja nur noch ganz ganz selten training aufgrund der vielen englischen wochen und wenn dann dürfen wir solche sachen natürlich nicht filmen und oftmals finden solche sachen auch nicht bei den medien öffentlichen trainingseinheiten statt weil es eben um sensible themen geht und wenn sie da stattfinden dann dürfen wir da nicht über nicht berichten also es ist ein großes thema auch intern beim bvb ich glaube für das man tatsächlich auch noch keine lösung gefunden hat das ist mir auch nicht zu erklären aber vielleicht kann man damit auch erklären warum es defensiven problem ist weil wenn sie es offensiv nicht hinbekommen dann kommen sie es auch defensiv bekommen es da nicht hin ja genau ich habe es gestern auch noch mal auf der rückfahrt habe ich noch einen kommentar geschrieben da auch thematisiert dass es der bvb ist jederzeit in der dazu in der lage so ein einfaches gegentor zu bekommen und leider jederzeit nicht dazu in der lage so ein einfaches tor mal zu schießen und damit ist das ganze dilemma schon auf den punkt gebracht würde ich sagen ja es würde auch mal helfen in dem spiel so ein leichtes tor zu erzielen das ist ja der punkt da musst du dich nicht immer so bemühen und alles so hart erarbeiten also ich erwarte nicht dass sie in jedem spiel nach einer ecke ein tor schießen um gottes willen ja ganz genau aber dass sie eben kein keins erzielt haben oder ich glaube 1 ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau ist natürlich einfach als ausbeute viel viel zu mau und deswegen auch das ein thema an dem man im winter sicherlich dem man im winter sicherlich verstärkt noch mal intensive einheiten widmen wird da muss man man hat im endeffekt auch keine andere wahl weil so kann es auf dauer definitiv nicht funktionieren da machen wir uns nichts vor also das ist absolut zu wenig so was haben wir denn noch wie seht ihr denn die bilanz von terzic bis dato in club wettbewerben sind wir nur wegen einzelleistungen von kobe und bellingham weiter ansonsten sehe ich keine weiterentwicklung der mannschaft fehlt dir auch die weiterentwicklung das ist ganz schwierig zu beurteilen das ist halt dieses dass da sind wir wieder bei dem thema diese zwei gesichter und die der bvbe auch nicht nur diese saison zeigt sondern eigentlich die ganzen letzten jahre du hast es dieses jahr in der champions league finde ich im vergleich zur vorsaison deutlich mehr überzeugt wenn man alleine an die beiden city spiele denkt auch gegen sevilla und gegen kopenhagen zumindest im hinspiel du hast das souverän gemeistert bis im pokal weiter die leistung lassen wir jetzt mal außen vor gegen hannover hätten die ein paar bessere stürmer gab mit mehr abschlussqualität wäre der bvb da wahrscheinlich hochgrad rausgeflogen dann wäre das thema auch noch mal anderes aber die bilanz in der bundesliga die ist natürlich in der tat ich will nicht sagen verheerend ist sie nicht aber sie ist doch durchaus fragwürdig und da ist dann eben die frage wie viel entwicklung findet tatsächlich statt du bist zum gegenüber dem der vorher mit fünf punkten weniger stehst du da hast zwölf tore weniger geschossen also es hat was das angeht die reinen zahlen belegen jetzt keinerlei fort schritt sondern eher einen kleinen rückschritt ich würde aber trotzdem sagen gibt dem ganzen doch einfach auch noch zeit also nach einem 5 0 gegen stuttgart oder gegen 3 0 gegen bochum bin ich auch alle zufrieden alle trinken ihr ihr sechstes bier und der bvb ist wieder eine super mannschaft und lasst doch die kirche ein bisschen im dorf und gebt dem ganzen noch ein bisschen zeit weil es nützt doch nix wenn wenn edin terzic das habe ich ja letztes mal auch schon gesagt es nicht schafft diese mannschaft auf kurs zu bringen ich glaube dann wenn wir auch in zehn jahren noch über diese themen reden ob wir dann noch über diese themen reden weiß ich nicht kleiner spaß am rande hallo zusammen dazu passt übrigens diese frage die frage die ich mir stelle ist erwarten wir als fans zu viel von dieser mannschaft müssen wir nicht einfach damit zufrieden sein uns für die champions league zu qualifizieren und in den pokal wettbewerben hin und wieder einen ausreißer nach oben zu haben nach aktuellem stand würde ich da würde ich das unterschreiben das muss man vielleicht zu akzeptieren denn wenn du mal schaust in der bundesliga die konkurrenz ist echt fleißig am punkten die jahren sind sowieso schon wieder weg das thema verbietet sich aus meiner sicht da weiter nach oben zu gucken du musst wirklich sehen dass du in den nächsten wochen oder beziehungsweise im neuen jahr dann den champions league rang sicherst da ist jetzt noch zu gucken wie wie du gegen glattbach abschneidest wenn du da wirklich nur einen punkt holst dann oder vielleicht sogar weniger ist die konkurrenz auch da erstmal ein bisschen weg du schleppst eine hypothek mit ins neue jahr du musst da erstmal wieder den anschluss herstellen das muss man sich mal vorstellen über was wir wieder reden und das will ja wirklich niemand und die champions league ist absolutes muss nicht nur finanziell auch für das für die reputation des klubs auch für potenzielle neuzugänge ja vielleicht muss man das das so sehen dass in der bundesliga eben dann der champions league rang die internationalen plätze priorität haben und auch das was aktuell möglich ist widerspiegeln und zu mehr ist der bvb denn aktuell nicht in der lage ja es scheint so und da ist wieder das thema geduld eines also entweder man hat diese geduld und man sieht wie der kader nun aufgestellt ist und dass die qualität nicht reicht aber normalerweise mit dem budget was man hat und das ist glaube ich auch ein entscheidender punkt cedric sollte man in der lage sein zumindest immer den minimum zweit oder dritt maximal viert besten kader in der liga zu haben aktuell wirkt das nicht so oder es halt nicht homogen genug vielleicht ist das das problem ja genau das das meinte ich eben mit der unwucht was was aufwand und ertrag eigentlich auch angeht eben der bvb nimmt ja viel geld in die hand aber es kommt eben noch nicht so viel dabei rum gut wir müssen es ist natürlich in ich weiß das ist jetzt müßig darüber zu reden aber angenommen aller wäre fit gewesen wie viel tore hätte der womöglich gemacht vielleicht würden wir über diese sachen nicht reden aber das ist natürlich sehr müßig über diese hypothetischen fälle jetzt zu sprechen es alleine muss sagen finde ich auch ohne aller bei den bei den jungs die da auf dem platz stehen bei den klangvollen namen da muss man insgesamt unterm strich mehr erwarten daran gibt es auch kein zweifel egon schreibt ich muss ganz ehrlich sagen nach dem leverkusen spiel war ich in unserer runde hier der einzige der uns zur winterpause auf dem zehnten platz gesehen hat und es hat sich bestätigt aufgrund einer angriffsreihe die erbarmungswürdig schlecht ist also auch da haben wir ja gerade im prinzip genau jetzt darüber gesprochen dann der nächste schreibt dirk heißt er die lethargie der zufriedenheit überkommt uns in regelmäßigen abständen was ist mit prinz an ihn sehr gute vorbereitung gespielt seitdem wird er nicht mehr berücksichtigt kannst du dazu etwas sagen ja kann ich ein stück weit ich gucke mir häufig auch die u23 anbinde auch regelmäßig beim training und der junge das muss man klar sagen er hat noch anpassungsprobleme allein schon von der physis kommt aus den niederlanden von ajax da spielst du natürlich grundsätzlich einen ganz anderen fußball viel feineren spielerischeren ansatz der also das sagt auch julian reikhoff mit dem ich schon mal mehrfach gesprochen habe das war am anfang total die herausforderung weil fußball in deutschland wieder ganz anders gespielt wird als in niederlanden du hast wirklich diesen physischen aspekt du läufst viel mehr du fühlst viel mehr zweikämpfe das ist hier viel härter viel aggressiver viel schneller auch und der typ der junge ist 18 jahre alt prinz an dingen hat ja wirklich tatsächlich auch eine gute vorbereitung gespielt hat in intersitz auch noch mal gesagt vor einigen wochen in der pressekonferenz aber der hat bis jetzt sieben spiele in der dritten liga gemacht ist da kein stammspieler weil er eben aufgrund der physischen noch physis noch echt probleme hat der sich da muss sich da noch anpassen auch der braucht sicherlich noch ein zwei jahre um hier in deutschland richtig anzukommen und hat aber auch schon acht spiele verpasst war dann so eine sprunggelenksverletzung hatte in der u23 und konnte auch deshalb nicht so häufig spielen aber der junge braucht noch zeit dass er potenzial hat steht außer frage aber der ist dann eher was für nächste oder übernächste saison also auch da mal wieder geduld gefragt jetzt pass auf ehrlich gemeinte these und nicht schlagen wäre es nicht sieht man vom blöden geld ab besser man verpasst mal das internationale geschäft und baut wieder eine richtig junge hungrige mannschaft auf mir ist klar dass alle müde sind aber so geht es nicht mehr ja das kann man vergessen weil dann hat man die finanziellen mittel nicht auf jahre und das ist ein großes problem ja ich glaube auch also das hatte ich ja eben schon gesagt eigentlich ist es ja wirklich alternativlos du musst auf jeden fall in den champions league kommen europa league wäre noch wäre auch schon im prinzip zu wenig weil es da ja deutlich weniger geld gibt das hat ja immer alles folgeerscheinungen du kriegst dann vielleicht den spieler nicht der talentiert ist der dich vielleicht für zwei drei vier jahre weiter bringt den du weiterentwickelst weil weil er aber unbedingt champions league spielen will und du ihm diese bühne nicht bieten kannst also unabhängig vom finanziellen aspekt hängt da so viel mit dran dass das und es muss das ziel sein für borussia dortmund international zu spielen der königsklasse und gleichzeitig eine mannschaft weiterentwickeln zu können dass das gelingt anderen vereinen auch und das muss auch borussia dortmund gelingen dein wort in gottes ohr cedrick zumindest in einem ordern in deinem vielleicht ja ich höre dir dazu also von daher zumindest in meinem auf jeden fall schwere kost schreibt patrick platt und ideenlos auch wenn sie fehlt es an kreativität ist es aus eurer sicht auf die hohe belastung zurückzuführen oder woran hapert es aktuell ja lass uns auch mal über das thema belastung sprechen denn aufgrund der verletzung ist es auch so wie in den vergangenen jahren es müssen gefühlt immer die gleichen spielen ja großes problem ist jetzt die sechste englische woche in folge ist das wahnsinn wir haben im kollegenkreis auch darüber gesprochen wie viele spiele hierdurch geknüppelt wurden man muss es ja so sagen ich habe auch gestern abend wie gesagt ich war in der pressekonferenz noch nach dem spielen habe gedacht boah edin terzic der saß da auf dem podium der musste gefühlt die keine ahnung 40 50 pressekonferenz schon seit sommer geben und der sah auch echt müde aus und wenn der trainer schon müde aussieht und man die spieler haben noch mal noch mal eine andere andere art von belastung es ist einfach natürlich der tank auch ein stück weit leer und guck dir die ausfall liste an ja aller daud moray beinu gittens meunier rote wolf es zieht sich durch und es sind ja auch reuss es sind ja nicht wie du schon sagt es sind immer die gleichen die spielen müssen gerero war zwischen dich wieder verletzt es ist ein wahnsinn all das bedingt natürlich einander und ist ebenso wie in der vorsaison ein ganz 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 großes problem das lässt sich aber auch nicht beheben das ist das ding ja das ist das nächste problem absolut das lässt ja du kannst halt nur hoffen dass diese pause jetzt wirklich dem einen oder anderen hilft muskuläre beschwerden auszukurieren damit du ab januar dann wieder richtig im betrieb aufnehmen kannst vor dem hintergrund der wm und der gut die asien reise wird von bvb die wird ja erfolgen mit den nicht wm spielern und ein paar u23 u19 jungs da sind die drei testspiele geplant sind wahrscheinlich eher moderat von der belastung aber trotzdem bist du noch unterwegs auch hast noch die reise aber die wm muss man ja auch noch mal dazu sehen das sind ja mindestens zwei wochen wenn nicht mehr für alle spieler die von bvb dorthin reisen die da zusätzlich on top kommt und ich will nicht hoffen ich will nicht hoffen dass das dann eben in der folge durch weniger erholung weniger regeneration dann im januar sich wieder mit neuen muskelverletzungen bemerkbar macht es gibt den ein oder anderen auch unserer hörer der geschrieben hat die sollen einfach nicht dahin fahren ja das kann ich emotional nachvollziehen aber ich glaube so leicht ist das nicht wir haben auch nach nach dem bochum heim spiel habe ich auch noch mal nico schlutter weggefragt ja die süd hat ein klares statement gesetzt boykott katar das war ja wirklich ganz ganz deutlich wie viele plakate und bannern hoch oben wurden und er hat es auch klar gesagt das ist so ein dilemma für mich er kann das durchaus nachvollziehen rein menschlich aber er ist eben auch sportler er hat nicht so viel möglichkeit eine weltmeisterschaft zu spielen und als er zehn jahre alt war wurde diese weltmeisterschaft nach katar vergeben und jetzt steht er an diesem punkt daran teilzunehmen wie soll er sich da richtig verhalten und er hat auch ganz klar gesagt dass das für ihn auch ein dilemma ist und er ja sich auch wirklich schwer tut aber natürlich fährt er dahin und das muss man dem sportler nico schlotterbeck auch absolut zugestehen und ich finde es spricht absolut für ihn dass er dann trotzdem sagt als mensch nico schlotterbeck habe ich da durchaus zweifel und kann jeden nachvollziehen der da das ähnlich sieht ja ganz schwierige ganz schwierige kiste aber ich meine dass sportswashing das findet ja nicht nur bei der weltmeisterschaft statt sondern eben auch bei den ölmschen spielen und bei vielen anderen sportereignissen dass sich damit eben die politik schmücken will und ich glaube das wäre jetzt noch mal ein eigener podcast über dieses thema separat zu sprechen die aktuellen aussagen die wir aus katar hören zur wm sprechen für sich und leider im negativen sinne damit möchte ich es aber auch dabei belassen es ist wirklich ja gut ich reg mich sonst nur auf daniel schreibt folgendes nachdem meine frage beim letzten mal aus malen aus in anführungsstrichen in ausrufezeichen nein in klammern ausrufezeichen kritik statt als wortspiel missverstanden wurde vierter versuch vierter versuch okay nach den letzten malen flexibles spieler gelten als trainer lieblinge doch unsere besten sind in dieser saison hummels jude bellingham und kobe warum haben wir so viele halbes aber nix ganzes spieler wie eben malen adiemi jan und wundern uns dann über ein fehlendes gerüst bei den bayern zum beispiel wird nicht so viel experimentiert gruß an cedrick bei den nächsten malen ausrufezeichen kommen gegebenenfalls bessere wortspiele was sagst du denn dazu das ist ja durchaus interessant natürlich haben auch die bayern spieler die auf unterschiedlichen positionen eingesetzt werden können aber es ist schon richtig was daniel sagt die haben ein klareres gerüst vielleicht auch weil die spieler einfach besser sind ja das da kann was dran sein klar aber die brauchst halt immer eigentlich brauchst du ja wirklich immer eine gute mischung zumindest glaube ich dass aus spezialisten und eben jungs die flexibel einsetzbar sind aber klar wenn du alles kannst dann kannst du halt nicht alles gleichermaßen gut das ist ja wie bei jedem menschen auch der kann nicht alles keine ahnung ich kann nicht gleichermaßen gut kochen wie bügeln zum beispiel schiefer vergleich sorry aber ja auch das sicherlich ein punkt auf dem man bei der künftigen spieler auswahl und bei dem profil an wer passt zu borussia dortmund berücksichtigen sollte auch da sind wir wieder beim thema unwucht balance passt das insgesamt das verhältnis von spezialisten zu viel vielseitig zu allroundern zu flexiblen spielern natürlich die das hatte marco rose letzte saison auch gesagt du liebst solche spieler die du und auf unterschiedlichen positionen einsetzen kannst weil sie dir ganz viel geben ganz viel variabilität ganz viele möglichkeiten zu reagieren auch innerhalb der systeme innerhalb der grundausrichtung aber es da sind wir wieder beim ausgangspunkt wenn es dann nicht funktioniert dann hapert eben auch an vielen verschiedenen stellen es hapert ganz massiv so ist es halt also es klingt jetzt ein bisschen resignierend aber ich glaube innerhalb der nächsten drei tage bis zum spiel in glattbach finden wir da keine lösung dirk krampe wird aus nicht nachvollziehbaren gründen die wm nicht boykottieren auch nicht privat wie sieht es beim rest von euch aus bitte lieber cedric ich als sportredakteur und bvb reporter kommen wir tatsächlich ja gar nicht drum hin die bvb spieler im auge zu behalten was sie so treiben ich glaube das könnten wir unseren lesern auch nicht vermitteln wenn jetzt sich ein spieler dort sagen wir mal schwer verletzen würde und wir würden darüber nicht berichten weil wir sagen das ist jetzt in katar passiert also ist es irgendwie nicht hat es nicht stattgefunden oder irgendjemand hat eine ganz tolle entwicklung hingelegt und das bilden wir nicht ab aber rein menschlich kann ich sagen ich habe mich für keine weltmeisterschaft bisher weniger interessiert und ich finde es ist der falsche zeitpunkt also ist wir gehen jetzt auch weihnachten zu und da denke ich nicht an eine weltmeisterschaft eine weltmeisterschaft bringe ich eben mit sommer mit grillen mit kühlen bier mit einer schönen wärme in verbindung und nicht mit november dezember schmuddelwetter und dann ist es natürlich der völlig falsche ort unter den völlig falschen gegebenheiten über die menschenrechte brauchen wir nicht zu sprechen und über die heuchlerischen wm vergabe der fifa übrigens auch natürlich schon an russland ja also wie gesagt rein menschlich war mein interesse noch nie geringer an einer weltmeisterschaft rein dienstlich ist es aber natürlich gegeben alles andere wäre auch unprofessionell natürlich müssen wir das weiter verfolgen ich schließe mich dir komplett an außer dass ich halt einfach kein bier trinke du kannst ja dann wieder mal eine fruchtsaftschorle trinken zum beispiel ja ich werde natürlich auch die spiele verfolgen das ist ganz klar da kommt man nicht drum herum wenn man in diesem bereich tätig ist ich werde aber noch mehr handball gucken als ich vorher gucke beziehungsweise geguckt habe jetzt ja auch die ganze zeit rund um dieses turnier hier der frauen in montenegro und hoffentlich dann für mich auch ab morgen in skopje also das war das dazu eure einschätzung in prozent für alle deutschen wm kandidaten des bvb reuss wohl jetzt nicht mehr dabei oder nee also wenn sie jetzt reuss noch zur wm schicken beziehungsweise nominieren da habe ich gar kein verständnis für kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen also das wird sich hansi flick auch gut überlegt haben es soll ja die absprache gegeben haben mit reuss dass er eben vor dem bochum spiel oder vor der nominierung eben gegen bochum oder jetzt gestern in wolfsburg noch mal 90 minuten spielt hat nicht funktioniert das sprunggelenk hat wieder reagiert das hat doch keinen wert und das hat auch für reuss selber keinen wert so bitter das für ihn sein wird dass er wieder ein großes turnier verpasst aber wir haben ja gesehen als er die em letztes jahr ausgesetzt hat wie gut ihm das getan hat so lange war er lange nicht stabil und gesund und frisch auf dem platz deswegen aus meiner sicht sollte er auch die wm nicht spielen und dann sich lieber auf das neue jahr beim bvb konzentrieren süle und schlotterbeck jeweils 100 prozent da sind wir uns glaube ich einig matz hummels wieviel prozent aus meiner sicht auch 100 prozent den musst du mitnehmen wann hat man zum so gut gespielt wie dieses jahr schon lange nicht mehr ich würde mitnehmen auch wenn er jetzt gestern nicht so gut war aber du kannst ja nicht die bewertung von einem spiel abhängig machen sondern muss das von der tendenz abhängig machen und die spricht aus meiner sicht absolut für mats hummels mit seiner erfahrung mit all dem was er mitbringt als leader als rep also als wirklich verdiente figur des deutschen fußballs auch das sollte nicht allein das kriterium sein aber der verkörpert ja auch was und ich finde mitnehmen ich glaube jan ist nicht dabei adeemi auf gar keinen fall mit dabei julian brandt und mokoko bei jan und adeemi stimme ich dir auch vollumfänglich zu brandt würde ich auch mitnehmen ich sehe das so bei 70 prozent spielt für mich auch eine gute saison keine überragende saison aber eine gute saison hat viel an sich gearbeitet in den tessisch hat das letztens mal auch noch gesagt er hat die ernährung gestellt das gibt ihm auch noch so ein paar prozent extra arbeitet auch gegen den ball hat sich finde ich insgesamt weiterentwickelten ja macht einen guten job mokoko wird wenn wenn es wirklich nach leistung geht und nach the trend is your friend nach tendenz musst du ihn mitnehmen so viele andere möglichkeiten hast du nicht die frage ist ob das gut wäre der ist 17 jahre alt ist so ein turnier von vorteil pusht ihn das noch mal gibt ihm das extra auftrieb und natürlich wertvolle erfahrungen oder ist das womöglich verfrüht und für ihn wäre es besser er wird noch mal zu hause bleiben ich bin gespannt wie hansi flick das abwägt aber bei mokoko würde ich die würde ich eher bei 80 prozent sogar sehen dass er mitfährt er hat zuletzt hat auch eine sehr sehr gute form gehabt und ich finde die form ist immer extrem wichtig hier ganz lustig diese aussage eines hörers der bvb ist ein bisschen wie mein bester kumpel den ich zum karaoke abend begleite sein auftritt mal wieder peinlich und trotzdem schaue ich es mir an es ist einfach nur noch frustrierend keine frage da ratlos ja aber ich wollte es vorlesen weil ich es relativ amüsant fand was haben wir denn dann noch kaderplanung ja das haben wir schon video assist referee da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen können wir vielleicht in den nächsten ausgaben dann während der wm mal machen wenn wir ein bisschen zeitloser unterwegs sind dann wenn cedric geppert einen tag sportdirektor spielen könnte wen würde er in der winterpause verkaufen verleihen oder eine weitere chance geben unabhängig vom alter und zwar bezieht er das auf jan adjemi und modest muss ich jedem einzuordnen oder das ich denke dann sag nochmal eben wen verkaufen wem noch eine chance geben bevor das dritte verleihen ok also eine chance geben würde ich adjemi verkaufen jetzt hast du nur die wahl zwischen späß und cholera verkaufen würde ich verkaufen würde ich emre chan und verleihen würde ich an schon die modest wobei das natürlich alles keinen sinn macht ja da macht viel keinen sinn momentan richtig du bist im zweifelsfall ja noch auf sie angewiesen ja das kommt ja auch noch dazu also du musst sie teilweise auch einsetzen weil du keine alternativen hast wann wird die jahrelange arbeit von sammer und watzke hinterfragt oder haben alle flops mal mit bvb schall in der kurve gestanden und haben somit einen freifahrtschein ich finde das interessant immer wie viel die leute auch teilweise matthias sammer kritisieren wir wissen ja überhaupt nicht wird überhaupt das umgesetzt was er als externer berater mit einfließen lässt das mal das erste und was er überhaupt sagt wir haben keine ahnung das stimmt da halten sich alle seiten sehr sehr bedeckt wir wissen nur dass er regelmäßig teilnimmt an den sitzungen dass er seine meinung äußert inwieweit also erstmal wie die aussieht können wir nur erahnen bei prime video ist ja auch experte und sagt ab und zu mal ein bisschen was aber wie genau die meinung aussieht und inwiefern er da jetzt wirklich einfluss hat und gehör findet wissen wir tatsächlich nicht da haben wir natürlich immer wieder auch nachgebohrt aber da stoßen wir sehr viel auf granit da gibt es sehr viel schweigen an dieser seite an dieser front insofern schwierig das für uns zu beurteilen tatsächlich weißt du was auch schwierig ist auf distanz zu podcasten das macht einfach nicht so viel spaß muss ich offen zugeben wie geht es dir das stimmt ja ich sitze hier wo wir eigentlich immer sitzen unserem tv studio aber mein rechter rechter linker platz ist frei und du sitzt ja nicht neben mir und deine fruchtsaftschorle steht auch nicht hier was soll ich machen es ist traurig aber nicht zu ändern dieses jahr könnte es aber noch mal was geben also gehe ich mal ganz schwer von aus wir haben uns überlegt dass wir ja ein paar zeitlose dinge machen die werde ich dann vorab teilweise aufzeichnen und wir senden die dann während der weltmeisterschaft wir wollen da nicht zu sehr darauf eingehen und ich meine sind wir auch ganz ehrlich da finden so viele spiele statt dann ist das am nächsten tag schon wieder obsolet was wir da besprochen haben je nachdem über wen wir gesprochen haben klar wir gehen dann auch irgendwann richtung winterpause und dann öffnet sich wieder das transferfenster logischerweise aber ganz ehrlich wir haben auch andere themen rund um den bvb historische themen die auch interessant und spannend sind und nicht nur historische sondern auch durchaus aktuelle die auch einen historischen aspekt haben welche das sind das werdet ihr dann hören wenn die entsprechenden sendungen ausgestrahlt werden cedric erstmal vielen dank für deine zeit ich sende grüße nach deutschland ich sende auch grüße an alle die mir bei twitter aktuell entfolgt sind weil sie denken nur noch handball bei dem kollegen nein es gibt auch viel borussia dortmund und es wird wieder ein bisschen mehr werden natürlich dann spätestens ab ende januar logischerweise und auch wenn hier die handball europameisterschaft der frauen vorbei ist es sind aber auch ein paar borussinnen mit hier vor ort die kann man auch durchaus und sehr gerne unterstützen wenn er einfach einschaltet bei den spielen und das haben sich die mädels mehr als nur verdient folgt mir was projekt 5000 angeht gab es jetzt wegen der distanz in dieser woche noch keine finale entscheidung wie wir das regeln deswegen dürft ihr mir aber trotzdem gerne bei twitter folgen unter et sascha staat ihr dürft cedric folgen unter et gebhard cedric und ihr dürft unserem kanal folgen unter et rnbvb schaut natürlich auch vorbei bei ruhrnachrichten.de und hört jeden morgen um fünf uhr bvb kompakt und natürlich dann nächste woche wieder unseren podcaster schauen wir dann zurück auf die hinrunde wann genau das sein wird und welcher kollege dann in der leitung ist das weiß ich nicht eventuell bin ich ja schon wieder in dortmund ich hoffe nicht da bin ich ganz ehrlich ohne euch zu nahe treten zu wollen es wäre schön wenn ich hier noch eine woche die deutsche mannschaft unterstützen könnte beziehungsweise darüber berichten kann ansonsten soll es das gewesen sein mit der aktuellen ausgabe danke für eure zeit und auch für euer verständnis dass wir das auf distanz vielleicht nicht immer so hinbekommen wie das ist wenn wir dann nebeneinander sitzen aber trotzdem toll dass ihr reingehört habt bis nächste woche tschüss tschau